Der wurde von ihm bezahlt, deswegen sagt er das. Und jetzt einmal nach oben abziehen. So, jetzt, jetzt, jetzt. So, immer schön über die Bühne latschen, jawoll. So, kannst losgehen? Kann losgehen, so Leute. Geht los. Wir machen Kraft. Wieder mal, wieder mal Schwerbelhaufen. Ich bin aufgeregt. Ja. So, und wir fangen gleich mit einem kleinen Tänzlein. Mein erster Auftritt über den Tänzlein. Herrlich. Hier. Das sind keine Beruhigungsfilme. Genau. Aber ihr braucht keine Angst haben, es ist noch nie was passiert hier in Hoja. Bis jetzt. Bis jetzt. Also, es geht los mit einem kleinen Tänzlein. Und das Tänzlein kommt aus Italien. Und das haben wir jetzt verkürzt nicht erst da mitgebracht. Genau. Und das Stückchen nennt sich Scribore. Und das bedeutet aufgeschrieben. Ich bin fertig. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Kannst losgehen. Los, Arroyzer. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ja. Los, Arroyzer. Musik 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 Musik